Also A, behandeltes Holz soll im Innenbereich eigentlich überhaupt gar nicht mehr genutzt werden. Das ist mal Fakt. Also wenn unbehandeltes, es ist, man weiß nie was da aufgebracht ist und das duftet aus, das Holz. Und das bedeutet, da können irgendwelche Schadstoffe drin sein und das wollen wir nicht, oder? Nein, das möchte keiner in der Wohnung oder im Haus. Genau, genau. fountain. prAbend. mort. tocar. есь